Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was ich hier auf dieser Yacht mache und warum meine Haare nass sind und wie so eine Yacht von innen aussieht, das alles in dem Video. Herzlich willkommen auf dieser Alpha Marine 78. 78 ist die Größe des Schiffs, die Länge. Es entspricht in etwa 24 Meter. Das Schiff ist knappe 6 Meter breit, 5,90 Meter um genau zu sein, hat 3.600 PS, drei Schlafzimmer. Das Besondere ist, dass dieses Schiff konzipiert ist schon wie eine Mega-Yacht. Das heißt, dass die Crew getrennt ist von den Gästen des Boots. Das zeige ich dir jetzt alles mal, wie das hier aussieht. Komm mal mit. Hier geht es jetzt rein in den Salon. Hier zum Salon ist natürlich auch der Kapitän und der Steuerstand. Und das ist natürlich schon was echt mächtiges. Mein 3.600 PS, da spürt man auch richtig was und der Sound des Schiffs ist einmalig. Bevor ich jetzt den Salon und das Heck des Schiffs zeige und auch wo die Crew untergebracht ist, zeige ich vor allem mal die Zimmer. Das finde ich immer am Spannendsten. Guck mal mit. Das hier ist das Master-Bedroom. Master-Bedroom, das ist meistens das Schlafzimmer des Eigners. Es hat ein separates Ankleidezimmer, aber auch ein sehr großzügiges Schlafzimmer. Jede dieser Kabinen ist eine sogenannte Suite-Kabine. Das heißt, jedes Zimmer hat ein separates Badezimmer, also was direkt an das Zimmer angeschlossen ist. Ich zeige euch das mal jetzt hier. Das ist dann, da geht es dann hier die Treppen hoch und das ist eine super luxuriöse Ausstattung. Toilette und hier auch eine richtige Rain-Shower-Dusche, die auch sehr geräumig ist. Da passt sogar ihr hier rein. Das Boot hatte einen Neupreis von 4 Millionen Euro und ist vom Baujahr 2007. Aktuell steht es eben zum Verkauf und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Wir putzen im Moment das Boot, wir bringen es ja, wir machen ein sogenannt klarer Schiff. Das heißt, wir checken es technisch. Zum Putzen gehört auch die Pflege natürlich dazu und prüfen, dass nicht was gemacht werden muss, bis es verkauft werden kann. Parallel ist irgendwo hier die Franzi, die hier fleißig fotografiert und das Boot eben aufnimmt. Das Boot wird jetzt einen Marktpreis haben von 799.000 Euro. Ein richtiger Schnepper. Hier geht es jetzt vor in eine der Gäste-Suiten. Hier haben wir zwei separate Betten, für Pärchen auch mal schön. Spiegel, Fernseher ist natürlich auch mit dabei. Und hier eben auch ein separates Badezimmer. Toilette, Dusche, Waschbecken, was man eben so braucht. Das hier ist das Kinderzimmer. Da haben wir zwei Betten und ein zusätzliches drittes Bett als Stockbett. Das hat so einen Dämpfer. Das ist ein italienischer Hersteller. Da ist alles geschmeidig, elegant, soft. Und das ist ziemlich selten, dass ein Kinderzimmer ein separates Badezimmer hat. Auch wieder mit Dusche, Toilette, Waschbecken. Super hochwertig, super luxuriös. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon gedacht habt, aber jedes dieser Zimmer ist ein sogenanntes Mehrblickzimmer. Schau mal raus hier. Also ganz ehrlich, mehr Mehrblick geht nicht mehr. So, zurück jetzt hier in der Lobby. Die Lobby ist super. Was ist eigentlich kein großes Fernsehereignis? Big Brother, Fußball-WM, aber auch Sommer aus der Stars. Hey, jetzt gehen wir an das Heck vom Schiff, wo man sich eigentlich tagsüber am meisten aufhält. Und das ist direkt da. Ja, und jetzt sind wir. Hier haben wir eine super Seating-Area. Gerade hier der James, der putzt ja gerade fleißig die Chromstange. Ich würde polieren. Die Franziska, immer in meinem YouTube-Trailer am Anfang zu sehen. Sie ist die bezahlmende Freundin von James, ist zuständig für das Marketing bei Estee Yachting und macht jetzt hier gerade Bilder für das Exposé vom Boot. Genau. Ich zeige jetzt mal das Heck vom Schiff, die großzügige Badeplattform. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich nasse Haare habe. Das ist eine super Badeplattform, um sich einfach auch mal zu sonnen, um reinzuspringen. Jetzt gibt es hier auch noch natürlich eine Badeleiter. Die habe ich gerade benutzt. Ich war gerade ja schon im Wasser, das allererste Mal im Wasser und habe die Schiffsschraube ja auch kontrolliert und wollte sie gerade noch sauber machen. Muss ich aber noch ein zweites Mal ran. Aber ich kann schon sagen, ich habe schon ja Ibiza-Wasser auf meiner Haut. Das fühlt sich gut an. Hier drin ist die Garage für Spielzeuge, die man mit dabei hat. So, hier haben wir jetzt ja unsere Tender-Garage. Hier haben wir den Tender 2, also Tender, so sagt man es in einem Schlauchboot, das einen dann zum Land bringt. Und ja, man hat ja eben einen riesen Storage-Raum für die Fender, aber auch für seine Wasserspielzeuge, ein Z-Bob, ein Surfboard. Ja, aber auch vielleicht ein Fahrrad, was man mit dabei hat und lässt sich hier ordentlich sauber verstauen. Und man hat es dann auch sofort am Wasser. Ein absolutes Highlight, vor allem für Boote, die aus dem Baujahr 2007 sind, ist diese elektrische Passarelle. Wie die funktioniert und was die kann, das zeige ich euch mal. Es geht vor allem darum, trockenen Fußes einfach an Land zu kommen. Die Hafenmauer ist ja immer unterschiedlich hoch oder auch mal unterschiedlich weit weg. Und dafür hat man jetzt diese elektrische Passarelle. Die kann ich jetzt zum Beispiel einfach mich rein- oder rausfahren oder natürlich auch die Höhe einstellen und entsprechend, ja, trockenen Fußes ganz bequem an Land kommen oder einfach wieder ganz nah zu euch an die Kamera. Geht ein bisschen, bis ich jetzt da drin bin. Aber ich komme. Highlight natürlich auch für Kinder, ja. Die können natürlich dann einfach hier auch mal, wenn man das hier hoch lässt, dann auch reinspringen. Dann springst du halt hier einfach mal bequem vor von zwei Meter hier ins Wasser. Körper. Hier versteckt sich jetzt nicht irgendwie ein großes Geheimnis, sondern was total Besonderes ist für Schiffe mit diesem Alter, dass die jetzt wirklich schon die, ja, die Kajüten der Crew sowie die Küche getrennt haben von den Passagieren. Hier unten wohnt, kocht und lebt die Crew, während, ja, wenn jetzt quasi mit dem Eigner unterwegs ist. Ansonsten ist natürlich die Crew meistens dann ja auch in einem Hotel untergebracht oder, ja, meistens haben die dann auch ein Gästezimmer beim Eigner. Aber natürlich ist es hier ein vollwertiger Wohnraum. Bisschen spartanischer, aber doch überraschend geräumig. Wir haben eine extrem große Küche, wo man wirklich super Essen zubereiten kann. Ich finde allein den Kühlschrank, also, ich sage es euch, ich habe so einen Kühlschrank nicht zu Hause in dieser Größe, ist hier an Bord. Die Crew besteht hier meistens nur aus zwei Personen. Wir haben hier noch einen separaten Esstisch. Hier geht es jetzt zu den Kojen. Die sind natürlich jetzt nicht so geräumig wie oben, aber trotzdem super funktional. Jede Koje hat einen Fernseher mit dabei. Auch hier ist eine Toilette, Dusche und Waschbecken. In so einem großen Bereich, allein für die Crew, gibt es seltenen Schiffen in dieser Größe mit 78 Fuß. Hier hinter versteckt sich noch der Maschinenraum. Und allein das hier, fühlt sich an wie ein Tresor. Was hier aussieht wie der Technikraum von der Sporthalle. Das sind zwei Motoren mit je 1800 PS von Caterpillar. Schau dir mal dieses Monster an, aber auch die Kompressoren. Wir haben zwei Generatoren hier an Bord, die das Boot dann autark eben mit Strom versorgen. Leute, das ist einfach eine kleine Stadt hier. Und das ist dieses Boot, die Alpha Marine 78. Wie gesagt, dieses Boot ist tatsächlich momentan zu verkaufen für 799.000 Euro. Schreibt mir doch einfach, wenn ihr es haben wollt. Oder drückt im Warenkorb legen. Ja, ich kümmere mich darum. Jetzt hast du dir was verdient. Von der ganzen Arbeit. Aber warte mal. Was ist denn das überhaupt aus? Ist das noch gut? 27.04.2020. Weil das ist ja viel... Tschüss. Aber weißt du, was echt so ein kleiner Doppelgeck ist? Corona läuft ab am 27.04. Die Ausgangssperre von Corona wird aber am 27. verlängert. Das müssen wir aufheben. Und leertrinken. Zum Wohl. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr Videos hier von Ibiza sehen wollt, behind the scenes sehen wollt, schreibt es hier in die Kommentare, was euch besonders interessiert. Liked doch bitte dieses Video und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.